Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Tages 292 der russischen Invasion der Ukraine. Heute gibt es wieder eine Menge wichtiger Nachrichten. Zuerst werfen wir einen Blick auf Bachmut. Berichten zufolge ist es den Russen gelungen, ihre Offensive im Norden der Stadt weiter auszubauen. Einige Quellen behaupten bereits, dass die Russen Pitorotne eingenommen haben. Die Ukrainer waren aber auch aktiv. Angeblich sollen sie eine Brücke in die Luft gesprengt haben, welche Pitorotne mit den ukrainischen Stellungen verbannt. Allerdings haben die Ukrainer sich durch die Zerstörung der Brücke nicht selbst von Pitorotne abgeschnitten. Außerdem wurde ein Stützpunkt der Wagner-Truppen, welche für die Angriffe in dieser Region verantwortlich sind, zerstört. Die Situation ist äußerst komplex, aber wenn wir genauer hinsehen, können wir erkennen warum. Erstens kontrollieren die Russen die östlichen Außenbezirke von Bachmut und Pokorowski, während die Ukrainer das Dorf Bachmut kontrollieren. Jüngsten Berichten zufolge kontrollieren die Russen aber schon 30% dieses Dorfes, was aber bedeutet, dass die Ukrainer immer noch Kontrolle über die Felder haben. Das ist extrem wichtig, denn wenn wir uns die topografische Karte anschauen, erkennen wir, dass dies die beste Position ist, um russische Angriffe nördlich von Bachmut abzufangen. Von Bachmut selbst können die Ukrainer nicht wirklich etwas unternehmen, da sie die russischen Truppenbewegung hinter dem Hügel nicht sehen können, während die Ukrainer von Pitorotne ebenfalls die Stadt nicht wirksam verteidigen können, da die Russen hinter dem Hügel vorrücken. Bachmutse liegt zwar in einer Tiefebene, aber dafür auf derselben Seite des Hügels. So ist bisher jeder russische Versuch, Pitorotne einzunehmen, gescheitert. Jegliche Präventivmaßnahmen, wie zum Beispiel die Zerstörung von Brücken, würde also zunächst eine Verschlechterung der Lage in Bachmutse bedeuten. Wenn wir einen Blick auf die zerstörte Brücke werfen, erkennen wir, dass es sich nicht um die Brücke handelt, die die Ukrainer mit Pitorotne verbindet, sondern um die Brücke, die Bachmut und Soledar miteinander verbindet. Russischen Quellen zufolge war der Plan der Ukrainer, die Straße mit Schutz zu blockieren, um ihren Rückzug aus Pitorotne zu vertuschen. Das macht allerdings wenig Sinn. Erstens haben die Ukrainer noch eine Straße, die von Süden nach Pitorotne führt. Zweitens gibt es zwei weitere Brücken, die viel näher sind, welche die Ukrainer auch hätten zerstören können. Und drittens, warum eine nützliche Brücke sprengen, um die darunterliegende Straße zu blockieren, wenn man diese Straße doch direkt hier hätte zerstören können, was viel effektiver wäre. Viele Dinge passen nicht zusammen. So wurde die Brücke zu dem Zeitpunkt zerstört, als die Ukrainer dabei waren, eine Truppenrotation durchzuführen. Die Zerstörung der Brücke ist für die Russen hilfreich, da eine wichtige Verbindungslinie zwischen den beiden Städten, um deren Einnahme die Russen kämpfen, zerstört wurde. So blockiert der Schutt die Straße genau dann, wenn die Ukrainer ihre müden Truppen durch Frische ersetzen wollen. Da die Russen die Hügel kontrollieren, haben sie die Kreuzung in direkter Sichtweise. Deswegen denke ich, dass die Brücke von den Russen zerstört wurde. So hat sich die taktische Lage der Ukrainer verschlechtert und ihre Verteidigung wurde untergraben. Außerdem konnten die Russen Panik verbreiten, indem sich das Gerücht streute, die Ukrainer würden Bachmut aufgeben. So gesehen machen alle Details Sinn. Der Angriff, welcher die Ukrainer zum Aufgeben von Pito Rodny gezwungen hätte, fand jedoch überhaupt nicht statt. Im Raum Bachmut operieren auf russischer Seite überwiegend Wagner-Kämpfer. Dank Heimars konnten die Ukrainer viele Kommandozentralen und Konzentrationsgebiete der Wagner-Truppen angreifen. Heute wurde ein Stützpunkt der Wagner-Truppen in Svatovi zerstört, gestern einer in Kadivka und in der Nähe von Popastna gab es mehrere kleine Angriffe. Dies könnte auch erklären, warum es den Russen nicht gelungen ist, einen Vorteil aus der Situation zu ziehen. In Moskau gibt es derzeit einen Großbrand nach dem anderen. Heute brach im Einkaufszentrum Strojpark ein Feuer aus. Berichten zufolge stürzte das Dach des Gebäudes ein und die Brandfläche wuchs rasch von 500 Quadratmeter auf 10.000 Quadratmeter an. Gestern brach im Einkaufszentrum Mega-Kimki ein Großbrand aus. Das Feuer verursachte mehrere Explosionen und das 5.000 Quadratmeter große Dach stürzte ein, was die Löcharbeiten extrem erschwerte, sodass sich das gesamte Einkaufszentrum in Asche verwandelte. Diese Brände brechen auch in anderen Regionen Russlands aus. In Nishnikamsk geriet ein Lagerhaus für Gummi in Brand. Die Brandfläche betrug nach verschiedenen Angaben zwischen 6.000 und 10.000 Quadratmetern. Das Feuer zerstörte das Gebäude mitsamt allen fertigen Produkten. In Barnaul brach ein Feuer der Reifenfabrik Nortek aus. Die Brandfläche beträgt bisher etwa 1.000 Quadratmeter und wächst weiter an. Insgesamt halten die Ukrainer weiterhin ihre Stellung um Bachmut. Aus Pitorodny gab es keinen Rückzug, was auch vom Kommandeur der für diese Region zuständigen Kräfte bestätigt wurde. Die Zerstörung der Brücke ist ein Versuch, die ukrainische Logistik zu stören und den Anschein zu erwecken, Russland würde Fortschritt machen. Angesichts der Tatsache, dass Moskau jeden Tag in Flammen steht, ist es jedoch höchst zweifelhaft, dass sich der durchschnittliche russische Bürger über einen angeblichen Rückzug aus einem Dorf in der Ostukraine freuen würde. Vielen Dank fürs Zuschauen meines Videos und wir sehen uns im nächsten Video.